Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein Kind schläft. Das ist eine Langschläferin geworden. Ich gehe jetzt in den Laden. Du kommst nach. So ziehen wir noch schnell nochmal vom Opitz durch. So Opitz. Sieh mal hier. Sieh mal die Trikotfamilie. Sieh mal hier. 77 Immobilien von Großfamilien. Sieh mal hier. Sieh mal hier. Sieh mal hier. Sieh mal hier im Keller. Ich habe überhaupt keinen Bock heute. Ich habe ein sehr schönes, seltenes Peugeot-Rennrad. Aber zuerst mal den Diamant-Klumpen hier zu reparieren. Naja. Jetzt habe ich ab. Jetzt habe ich noch ein anderes Laufrad gefunden. Mit einer schönen alten Kometen habe. Die würde ich ja hier verbauen. Aber ich meine, wenn ich hier wo dann. Eigentlich passt es ja schon gut. Hatte ich aber eigentlich geplant für eins meiner Projekte. Ich habe schon wieder die Sieh mal hier. Ich habe noch nicht gewusst. Sieh mal hier. 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 Vielen Dank. Danke. So, das ist ein seltenes Renraal. Seltenes Renraal. Das ist auf alle Fälle ein seltenes Peugeot. Das hat diesen wunderschönen original Peugeot Vorbau mit integriertem Tacho. Batteriefach ist lose, deswegen ist hier so ein Tape gemacht. War es nicht so schön, aber ansonsten top. Und diesen Abnehmer direkt auf der Achse dafür. So, was hast du? Ich hab' Arbeiter. Willst du einmal gucken vielleicht? Einmal. Ja. 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 Aber das ist... Nein. Nein. Das ist ein Schropp. Alles Schropp, ne? Ja, das macht fast weg. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Schmeckt sie? Schmeckt sie? Ach du liebe Zeit Was holst du denn? Nichts mehr Ich nehme schon mal ein Pfannkuchen Deiner ist hier auch drin Ja Mensch wie passiert das bis jetzt nicht? Gestern war ein riesen Anwalt, heute ist das totaler Gegenteil Aber 3-4 Leute waren auch schon da Aber eben keine Umsätze Also da ist nicht dabei rumgekommen Da habe ich nur ausgeben Ich war beim Bäcker mit meiner Tochter nach meinem Frühstück Ich habe einen Zettel an der Tür gehabt Als ich zurückkam waren drei Leute da Aber Keiner hat einen Euro gelassen Überall was gemacht Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind Aber Wie nennt man nicht Kundenakquise Wie gesagt Alles nicht so wichtig Hier jetzt bei dem Hinterrad Das bringt ja Geld Daher der Hinterrad ist eine Speichel locker Man spreche locker Natürlich hier Antriebsseite Also muss dieser Zahnkranz hier Der muss runter Das mache ich jetzt Ich hoffe ich muss gucken Dass ich diese Aufnahmen präzisiere Die ich mache Weil ich gemerkt habe, dass das ganze viel Arbeit ist Im Nachhinein das alles nochmal anzugucken Und dann nochmal zu schneiden Den Abzieher brauchen wir Also muss ich präzisere Kürzere Aufnahmen machen Am Ende des Tages müsst ihr euch vorstellen Sitze ich in meinem Kämmerlein Und schaue mir nochmal 8 Stunden Filmmaterial an Auch wenn es im Schnelldurchlauf ist Auch wenn es im Schnelldurchlauf ist Ist jetzt schon so ein bisschen Boah auf Dauer ermüdend Ne Mit dem Stream Ja soll ich sagen Also grundsätzlich ist der Stream Kein Unterhaltungsprogramm Ich habe auch nie gedacht Ja Sondern sollte natürlich Nur einen Einblick geben In diese In dieses Fahrradgeschäft Also es ist schon nicht verkehrt Wenn der einfach nebenbei läuft Und nicht bloß Pro Auftrag An und ausgestellt wird Weil dann wäre der Mitschnitt Dann ist es ja Dann könnte ich das gleiche Mit der Kamera machen Dann bräuchte ich den Stream ja nicht Also im Stream soll man auch schon sehen Ja da ist mal Langeweile Ja Es ist nicht so Wie sie alle sagen Millionär mit Fahrradlehnen Und so Kannst du hier Ist den rotigen Teil Ist der Fall Oh ne 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 Achs ist kaputt Ah Ah Was ist denn los Was ist denn los mit euch Schaut euch das an Schaut euch das an Ich kann es nicht Mann ey Sieht man nicht Jetzt sieht man ja wohl ne Hier Ok das hin Achsel brauchen Scheiße Tja das ist natürlich was Damit hat keiner gerechnet Er kommt zu mir wegen Ja da sind zwei Kugeln Ähm Ne Quatsch Da ist eine Speichel locker Und dann ist seine Achse kaputt Aber hier haben wir ja Hier sehen wir ja Es kann passieren Guck hier Da ist die Achse rausgefallen Kann ich die dabei Beziehen Na geht ja nicht Gab ja die Achse gar nicht da Fehlt irgendwo eine Hier Ja und Wo kommt die rein dann Hier Du musst sie ja erstmal hier durchfädeln Warte Jetzt muss er Einmal hier unten drunter durch Ich brauche ein Stift und Fellmann Das muss ich merken können Was ist Stift und Fellmann Schon vergessen Stift und Fellmann Stift und Fellmann Stift und Fellmann Stift und Fellmann Ja So ist das 15 Minuten um Egal Schauen wir mal ob meine Tochter mit dem Schloss klarkommt Das sind Schrauben, für die die Schrauben brauchen wir irgendwann. Das ist der Gürtel, für die Halterung, ne, mit der es so unordentlich ist. Und Schrauben brauche ich irgendwann, ich glaube hierzu. Das hier kommt am Fahrrad dran, das ist der Halter und das Schloss kann man rausnehmen. Jetzt musst du hier rausnehmen. Genau, das ist das Schloss. Die Schrauben, die schrauben wir dann an das Fahrrad dran. Wenn du an dem Fahrrad überhaupt die Möglichkeit hast, das ranzuschrauben, musst du erst mal schauen, ob da überhaupt die Möglichkeit besteht. Jawohl, das kann auch da unten sein, das hat kein Problem. Wann schaffst du das? Wenn das nämlich nicht geht? Gut, geschafft. Haben wir die Schlüssel versteckt? Ja, haben wir. Also das haben wir versteckt. Ich glaube mit der Kamera. Ja. Aber weh. Guck mal, es ist zu weit. Geschafft. Bis zum Spätkauf. Wann zurück? Ja. Wollen die Nachbarn nicht? Ja, mach ich nicht. Ja, mach ich nicht. Ja, mach ich nicht. Was ist denn da drin? Schauen wir mal. Kann ich das abmachen? So. Und einmal runterziehen. Reinstechen, runterziehen. Und zieh. Zieh, 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 zieh. Da drin. Wow. Lecker. Die Flasche von Paul. Ne, die Flasche von Paul. Ist doch egal. Eine Kamera. Keine Kamera. Noch eine. Noch eine Kamera. So, Achtung, ich tausche die Kamera. Jetzt. Neue Kamera. Neue Glück. GoPro 4. Hä? Vollfern ist da. Oh, meine Tochter hat mir eine Krone gebastelt. Aus Verpackungsmaterial. Ist so kreativ. Unglaublich. Oh, ja. Zeig vorne ein bisschen aufgeräumt. Jetzt mach ich hier den großen Auftrag. Habe ich ja ihn. Bis später. Sehr gut. Bis später, Wolfgang. Bis später. Luki? Ja. Sehr schön. Jo, an diesem Rad hier muss man so ziemlich alles machen. Ganz billige Banzzüge, Schaltzüge, Antrieb immer alles komplett. Lichtanlage, Vorderrad mit Nabendynamo. Guck guck. Mama. Teamwork macht man gemeinsam. Freunde sind nie einsam. Zeig dir eine lustige Geschichte, die mir heute Morgen passiert ist. Beim Bäcker, bei der Arbeit. Ja. Ich bestelle ein halbes Brötchen mit Spiegelei beim Bäcker. Ja. Ja? Die haben da auch so Eier. Erstmal, ja. So. Und das ist anscheinend ein neuer Gefäß. Und die... Ach. War schon zu viel, einfach mal. Sie geht los und nimmt ein Brot mit geschnittenen, gekochten Ei. Hallo. Guten Tag. Moin. Was darf sein? Anna. Futterluke. Die Familie im Keller noch versammelt. Ja. Sie ist gerade gekommen. Und Nuki war einsam. Nuki war einsam. Nuki war einsam. Nuki war einsam. Darf ich irgendjemandem einen Kaffee mitbringen? Ja, ich würde nicht nein sagen. Gerne, ja. Ich esse einen Milchkaffee. Ich würde einen Milchkaffee nehmen, ja. Ich würde einen Milchkaffee nehmen, ja. Also ich auch. Milchkaffee. Auch Milchkaffee. Gut. Ja, danke. Habt ihr da irgendwie noch so einen Trager übrig? Ja, haben wir. Tatsächlich. Kannst du dir mal geben, vorne am Einjag? Ja. Ja. Du wusstest nicht, was das ist? Nee. Ja. Und dann meinte die Kollegin, ja, aber nimm eine Pappe und musst du auf die Pappe legen. Und sie rannte dann mit diesem Brötchen Schnitt Ei und wollte das so eintüten. Ich so, nein, Spiegelei, ne? Ja, ja, Spiegelei. Und dann die Kollegin, sie will Spiegelei. Das ist kein Spiegelei. Ja. Was ist denn Spiegelei? Ja. Ich meine, die ganze Aussage mit Rührei, mit Spiegelei, mit gekochten Ei. Das haben sie ja nicht erklärt. Da können sie doch gar nichts für. Manche kennen das doch gar nicht. Ja, was sagst du denn da? Es war trotzdem so witzig. Ja, so nicht. Aber die Kinder das schon machen wollen meist nicht. Anfänger mal mit dem Kaputchen. Ja, weiss. Gefähne ist. Je ich « humble zu den Wischung». Und ich hab es mir einen Kaputchen. Hier nehme ich, indem ich mich für den Kaputchen. Ich bin mit einem Kaputchen, ja. Ich bin mit, wo ich die Karteung troche und mit mir. Und ich bin mit. Ich bin, wo ich mich für den Kaputchen. Aber ich bin, wenn, wo ich mich für die Karteung hier bin. und ich bin. Ich bin, wo ich viel. Oh, ich bin. Ich bin groß angekommen. Hier habe ich mir darüber ausgebegeAm. Und ich bin ein paar Karteung hier. Eine Kinderpartie hier. Hey Mama, hier hast du alles meine Kinder. Und dann haben wir noch eine Versehen. Ja, so mein Freund. So, ruhigen jetzt. So, bitte. Ein vorostetes altes Rad, was noch fährt. Ja, das hat Mariana, alle? So, Löfchens Torbrot. Was, halb 8? Ja. Ein... ... 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 ich finde, es ist schon in der Lohnung克林 G picked up Ich hab keine Ahnung. Wie lange hat段 desired denn da? 11你以後 độiattachền Да, ach noch environmentally quelle 12 quirzeuzeuzeuzeuzeuzeuzeuzeuzeuzeuzeuzeuzeuzeuze Neeneneeneenfnneneene Sind es für że 2 Nein, nein, ich bin tätig, ich bin tätig. Ja. Ich würde mal sagen, das war's. Ich schließe jetzt die Räder an und wir sehen uns morgen. Also macht es gut, bis morgen. Ciao.